Okay Leute, Tag 11 am 13. Dezember und der ist immer noch da, wie erwartet, obwohl es auch in der Nacht einiges geregnet hat, aber dann machen wir hier weiter. Ah ne Leute, jetzt habe ich vergessen neues Feuerwerk einzupacken. Das ist ja ärgerlich. Dann machen wir heute einen Zweiteiler. Ah ja, oder so. Hm, dann machen wir heute irgendwie einmal jetzt und einmal später im Dunkeln oder so. Was ist denn los hier heute? Ist ja schwach. Komm, die muss besser sein. Ja, das war schon was anderes. Und dann gleich nochmal den anderen hinterher. Jawohl. Ein bisschen was habe ich noch. Ja, hier leider ein bisschen Finger verkohlt, aber das ist normal. Das passt schon. Und ich habe leider, äh, ich komme heute leider hier gar nicht mehr vorbei. Tja, was macht man jetzt? Ach, nur Einzelzündung. Ja, da würde ich sagen, aber die brennen gut, lange. Da würde ich sagen, da gibt es morgen umso mehr, weil ich komme heute echt hier nicht mehr vorbei. Deswegen war es das jetzt erstmal für heute. Am dritten Advent. Ja, brennt ewig. Und dann tschüss bis morgen zum letzten Türchen wahrscheinlich. Türchen. Ich bin hier nicht im Adventskalender. Obwohl, ja, hm, egal. Ciao. 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 Ciao.